Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde. Ich bin Petty von kartinvestor.de und heute ist es endlich soweit. Wir öffnen ein 36er Display von Chilling Way in dem neuesten Pokémon Set. Auf Deutsch heißt das Ganze Schaurige Herrschaft und wir öffnen meistens nur englische Produkte. Aber ich habe mir heute für dieses Opening extra ein deutsches Display besorgt. Einfach nur damit ich die Namen vorlesen kann, wie ein Mensch und mir die Namen auch mal ein bisschen verinnerlichen kann und so weiter. Ich bin richtig gehypt auf dieses Set. Ich sage euch ehrlich wie es ist Leute. Also lange fand ich ein Set nicht mehr so gut. Das letzte Set was ich wirklich gut fand war Shining Fades. Da hatten wir aber viele Probleme, dass wir nicht so viel öffnen konnten wie wir wollten. Bei Chilling Rain ist es jetzt so, dass auch nicht alles gekommen ist für die Händler und so weiter. Das ist immer noch nicht so easy, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr gekommen, so dass ich mir auch ein bisschen mehr davon abzweigen kann Leute. Und ich muss auch sagen, also ich bin nicht unbedingt der Fan von den Galar-Versionen von Pokémon Karten. Also von den legendären Vögeln zum Beispiel finde ich die originalen Artworks einfach schöner. Aber hier sind ein paar Karten, die ich wirklich gerne haben möchte. Zum Beispiel das goldene Relaxo Leute. Das ist eine Karte, die muss ich einfach für meine Sammlung haben. Und seitdem ich YouTube mache, ist es bei mir so, dass ich einfach viel mehr Bock habe, die Karten selber zu ziehen, als mir das Ganze einfach zu kaufen. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir ein paar schöne Karten ziehen können. Das Zapdos im alternativen Artwork ist auch wirklich eine schöne Karte Leute. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Pack. Wichtig, was ich wieder vergessen habe fast. Gengar ist am Start. Hashtag Gengarlack Leute. Ja, also ich war lange nicht mehr so gehypt auf Pokémon. Also seit dem Livestream habe ich wieder so viel Bock auf Pokémon. Es ist einfach zu schön und es macht einfach so viel Spaß zu öffnen. Yo-Gi-Oh darf auch nicht zu kurz kommen Leute. Also da wird in Zukunft auch wieder viel mehr kommen. Ich bin zur Zeit so süchtig. Also ich werde jetzt auf jeden Fall viele Videos drehen. Ladybar, schönes Pokémon. Formeo, auch cooles Artwork. Finde ich ein bisschen lustig. Formeo, Sonnenform. Nebelkristall in Reverse. Und dahinter haben wir ein Dictrian Ware. Das war das erste Pack, aber kein Problem. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich nicht immer die Reverse zerkratze. Aber wenn ich während des Videos rede, vergesse ich immer mitzuzählen. Und dann passiert das manchmal, dass ich da abrutsche. Porygon 2, Wirkungsenergie. Uralter Friedhof. Elyzeber, schönes Lapras. Hier mit der Trainerin hinten. Froberl. Froberl, keine Ahnung. Toxipad. Trassler, den mag ich auch. Unkrauthandschuhe, die mächtigste aller Pokémon-Karten. Und ein, ah, nicht so nice, Leute. Das ist ein bisschen eklig, dass wir direkt mit Sanaconda wieder starten. Die Karte mag ich gar nicht. Haben wir auch in der letzten ETB direkt als erstes gezogen. Also mag ich wirklich gar nicht, die Karte. Also die letzte ETB hat ja wirklich mal gar nicht gegönnt. Muss man einfach sagen. Wir haben, ich glaube, drei Holos insgesamt gehabt. Aber wirklich nichts Feines. Und ich habe vergessen, den Kartentrick zu machen. Eins, zwei, drei, vier. So, Leute. Wir haben hier die Energiekarte. Stichrolle. Eschehorn. Melanies Überzeugung. Schöner Formeo. Hornlio. Schnäppke. Cooler Typ. Krabbox. Achso, der hat Boxhandschuhe an, glaube ich. Schönes Fleckmon. In der Galar-Version. Was ist jetzt bei dem anders? Okay, keine Ahnung. Oh, oh, oh. Scheiße, Leute. Oh, no. Okay, Leute. Komm schon. Bitte. Bitte, Relaxo. Herz der Karten, bitte. Nein. Ah, auch aber wirklich nice. Schöne Karte, Leute. Wow. Wir haben direkt im, was war das? Das dritte Booster-Pack. Haben wir direkt eine Goldkarte gezogen. Ich habe vergessen, mir Hüllen zu nehmen. Also, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, Leute, dass wir so schnell einen guten Hit haben. Sehr schöne Karte. Haben wir da eine Printline oder was ist das? Ich kann es nicht einschätzen. Boah, sieht man auch gerade gar nicht mehr. Da war gerade irgendein Strich. So, wie sieht die Karte von hinten aus, Leute? Centering ist nicht so gut. Die eine Ecke hat ein bisschen Whitening. Da ist ein weißer Dot. Oh, die ging weg. Das war nur ein Fussel. Oh, die Ecken sind halt nicht gut. Aber, Leute, direkt im dritten Pack eine schöne goldene Energiekarte. Also, ich mag Energiekarten, wenn sie Holo sind. Wenn man das Spiel spielt, braucht man die natürlich auch sehr viel in Unmengen im Deck. Und ich finde aber ein bisschen schade, dass die die jetzt wieder in Gold gemacht haben. Weil, ich meine, die gab es auch schon mal auf jeden Fall. Die habe ich auch ein-, zweimal noch in Gold. Das sah zwar damals ein bisschen anders aus. Aber ich kann mich da jetzt erstmal nicht beschweren, Leute. Weil wir haben jetzt drei Packs geöffnet und direkt einen schönen Hit. Ich weiß auch gerade leider nicht, was die wert ist. Aber das blende ich euch natürlich wie immer ein. Ist halt die Frage, Leute. Oh, schönes El Polo. Können wir nochmal eine Goldkarte im Display ziehen? Das wird wahrscheinlich sehr schwer. Wir haben natürlich aber sonst alles noch offen, Leute. Die ganzen Full Arts und alternativen Artworks und so weiter. Und natürlich gibt es auch noch schöne Rainbow Karten. Also, das Set muss ich euch ehrlich sagen, Leute. Ich glaube, das ist ein cooles Set. Und ich glaube, wir werden sehr viel auf dem Kanal öffnen. Also, ich habe da ein gutes Gefühl. Und mir macht es auch zur Zeit wieder so viel Spaß. Alleine deswegen muss man auf jeden Fall aufmachen. Chimpsticks. Porygon 2. Energie. Flauschling. Seemobs. Raffel. Schuppet. Smogon. Kecleon. Das ist Generation 3. Das war früher bei Mystery Dungeon immer ein wichtiges Pokémon. Mon und Sengo in Wear. Also, den Relaxo muss ich aber ziehen, Leute. Ich sage es euch, wie es ist. Ich glaube, Relaxo kostet so ein Hunderter ungefähr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein bisschen sinkt. Der geht vielleicht so auf 70 Euro runter oder sowas, Leute. Aber trotzdem, das ist eine Karte. Den muss man einfach haben. Echohorn. Chimpsticks. Voltilabben. Also, ich lese extra mal bewusst ein bisschen mehr vor. Einfach nur, damit ich den Namen verinnerliche, Leute. Weil, wenn man immer Englisch aufmacht. Oh, Shaman ist eins meiner Lieblings-Pokémon aller Zeiten. Damals mit der Gracie Dia immer legendär. Also, für mich auf jeden Fall ein Hit, Leute. Den gibt es auch in Holo. Müssen wir auch auf jeden Fall ziehen. Der kommt auch direkt in meine Privatsammlung. Ist für mich eine sehr nice Karte. So, Leute. Psychoenergie. Rollum. Mila. Nebelkristall. Stollonier. Hopplo. Chimpep. Krabox. Raffel. Stollrak. Cooler Typ. Oh, was ist denn los, Leute? Schon wieder keine Holo. Ah, ist halt bei Hauptsets immer ein bisschen eng mit Holos. Da sind die ein bisschen geistig, finde ich. Also, was man auch wirklich sagen muss bezüglich Pokémon einfach mit den Hits und so weiter. Also, bei Pokémon ist es ja so, man hat bei einem Hauptset in allen drei Packs einen Hit. Das ist auch okay soweit. Das Problem ist nur, Pokémon sieht halt eine normale Holo-Karte auch als Hit an. Ist eigentlich ja auch so. Aber das Problem ist, die haben es halt so, ich sag mal, runtergewirtschaftet mit... Moment. Boah. Wipitis. Die haben es wirklich runtergewirtschaftet mit den normalen Holos. Die will einfach so gut wie keiner mehr haben. Es sei denn, das ist wirklich ein Lugia oder sowas. Aber selbst dann sind das auch nur zwei, drei Euro-Karten. Also, es ist aber auch irgendwie so, die Karten sehen nicht mehr so krass aus wie früher gegenüber den Full Arts und so weiter. Also, wenn ihr jetzt so Base-Set-Karten und so weiter, alte Holos, Wizard of the Coast-Holos vergleicht. Das ist einfach kein Vergleich mehr mit den heutigen Holos, Leute. Also, die sehen einfach nicht mehr so krass aus. Botogelan Reverse und Kaokto. Kaokto. Also, ihr seht, was ich meine. Die sehen einfach nicht mehr so krass aus wie früher. Also, das mit den Sternen und so weiter, das fand ich einfach hochwertiger, ein bisschen krasser. Und ich würde es auf jeden Fall ein bisschen feiern, wenn die wieder die normalen Holos ein bisschen mehr... Ähm... Ein bisschen mehr... Wie nennt man das? Wie soll man das nennen? Also, einfach, dass die die ein bisschen krasser machen. Vielleicht ein paar Shortprints reinhauen und so weiter. Und einfach nochmal an der Folie arbeiten, dass das Ganze besser aussieht. Und ich weiß nicht genau, wie das bei Pokémon ist mit Abwiegen und so weiter. Aber ich glaube, das wird auch hier ein Problem sein, Leute. Da müssen die auch nochmal dran arbeiten. Weil, also, wenn man online, ähm, zum Beispiel bei Cardmarket reinschaut, da schreiben viele Leute, ähm, unsearcht. Also, ungesucht. Aber ich weiß wirklich nicht, was genau damit gemeint sein soll, Leute. Also, heißt es dann einfach, dass sie abgewogen sind oder dass sie den Durchschnitt von Hits raus haben? Also, seid immer vorsichtig, wenn ihr Einzelpacks kauft. Das ist wirklich nicht so eine tolle Sache, Leute. Also, kauft euch lieber immer so Blister oder so. Da gibt es ja so Dreierblister und so weiter. Das sind gute Produkte. Da braucht ihr keine Angst haben, dass die irgendwie... Dass ihr da keine gute Chance auf den Hit habt und so weiter. Es gibt halt immer Leute, die versuchen, irgendwie ein bisschen mehr Gewinn für sich rauszuholen und so weiter. Und deswegen sage ich euch, lasst die Finger von Einzelpacks. Vielleicht, also, wenn ihr jetzt bei einem Händler vor Ort die kauft, das ist vielleicht nochmal was anderes, wenn ihr da ein Display ausstellt oder so. Also, aber einfach so Einzelpacks bei Markets und so kaufen, kann ich euch nicht empfehlen, Leute. Dickdreen Reverse und Sengo in Wear. Jetzt lassen die Hits aber auf sich warten, Leute. Wir brauchen mal ein paar schöne V-Karten. Also, was ich auf jeden Fall auch schön finden würde, ist jetzt auch nicht teuer oder so. Also, dass man da irgendwie viel verlangt. Und die Vögel, also die drei legendären, einfach mal als V-Karten. Ich glaube, die kosten nicht mal mehr 5 Euro pro Stück. Die würde ich auch schon gerne haben, einfach um die nebeneinander zu stellen im Ordner. Das sieht auch ganz cool aus. Wir haben den Baldorfisch, Formeo, Hornlio. Oh, da kommt eine V-Karte, glaube ich, Leute. Wie Peters. Und dahinter haben wir... Hier ist der Rappenreiter Koronospa. V-Max. Koronospa. Nice. Das ist eigentlich... Ich glaube, das ist die Karte von der Elite-Trainer-Box. Also, von der lilanen. Schöne Karte auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, was darauf abgeht. Also, es ist ein Pferd. Und irgendwie ein Hase, der auf dem Pferd reitet, Leute. Oder so ähnlich. Muss man sich gleich mal in Ruhe angucken. Ich bin halt... Also, ich sammle Pokémon schon immer, Leute. Es ist nicht so, dass ich jetzt gerade angefangen habe oder so. Aber ich bin halt nach der vierten Generation raus gewesen. Also, das letzte Pokémon-Spiel, das ich wirklich richtig gezockt habe, war Hardgold und SoulSilver. Also, die vierte Generation habe ich jedes Spiel gespielt. Das war einfach zu krass. Und danach war ich halt leider raus, Leute. Oh, okay. Schimmelreiter-Coronospa-V. Das ist dann die Karte von der anderen ETB. Nur das Ganze in der blauen Version. Auch coole Karte. Ich mag das immer, wenn ich die Karten von den Booster-Artworks ziehe. Finde ich immer ganz cool. Aber ich bin zurzeit wieder maximal im Hype. Ich sag's euch, Leute. Also, es gibt einfach zurzeit zu viele coole Sachen. Die machen wirklich viel richtig bei Pokémon. Und die haben es einfach wieder geschafft, dass ich wieder zu 100% drin bin. Und er ist einfach zu spaßig. Schneebedeck, Toxiped, Schnäppke, Hornio und Haetara-V. Sehr schönes Pokémon. Sehr schön. Schöne V-Karte. Also, gegen Sanaconda ist das auf jeden Fall ein gewaltiger Hit, Leute. Ich denke mal, die wird auch nur so 3-4 Euro kosten. Maximal, wenn überhaupt. Aber trotzdem eine schöne Karte. Da freut man sich natürlich drüber. Also, ich freu mich eigentlich über jede V-Karte. So, Leute. Fleck Leon, Primano, Golbert, Lediba, Formio, Formio Sunny, Makabaya und Ramov in Reverse. Und dahinter Inter Leon in Holo. Sieht ein bisschen cool aus auf jeden Fall. Und ich hoffe, habe ich jetzt alle Holos eigentlich rausgelegt, dass wir am Ende mal durchzählen können, wie viele Hits wir jetzt hatten. Ist ja immer interessant zu sehen. Also, bei 36 Packs müsste man theoretisch 12 Hits haben. Das wäre so der Durchschnitt. 13-14 kann natürlich auch sein. Das wäre auf jeden Fall besser. So, Leute. Uralter Friedhof. Flavia. Agathe. Smogon. Schneebedeck. Formio Regenform. Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht gezogen. Schönes Trassler. Feuerfester Handschuh. Also, die Trainerkarten sind wieder lost in dem Set. Und wie Peters in Wear. So, meine Lieben. Ich denke mal, wir haben langsam so die Hälfte schon durch. Und mal sehen. Wir haben noch keinen Vogel gesehen, Leute. Hügel des Dünabaums. Fleck Leon. Schneegipfelfahrt. Ja. Schneebedeck. Sneebel. Flauschling. Porygon. Ledybar. Echohorn. Und dahinter haben wir Lasho King in der Galar-Version. Auch interessant. Also, wenn ich Zeit hätte, Leute. Ich sage es euch, wie es ist. Ich würde auf jeden Fall mal wieder Pokémon spielen. Vor allen Dingen. Einfach, weil die es jetzt für die Switch rausbringen und so weiter. Finde ich einfach zu cool. Das habe ich mir früher immer gewünscht, dass es nicht auf den Gameboy kommt. Also, ich habe früher immer Gameboy gespielt. Ist klar. Ist einfach zu cool gewesen. Aber mittlerweile finde ich einfach Gameboy ist nicht mehr cool. Es gibt ja jetzt auch kein Neuen mehr und so weiter. Es ist einfach zu klein der Bildschirm. Und ich bin halt so. Ich zocke nur Videospiele und so weiter. Wenn ich es wirklich genießen kann und einfach Zeit habe. Und dann will ich halt auf der Couch sitzen und ganz entspannt auf dem großen Fernseher zocke. Und nicht auf so einem 2 Zoll Bildschirm. Und deswegen finde ich auf jeden Fall cool, dass sie das jetzt für Switch rausbringen. Man kann es ja sogar trotzdem mitnehmen. Also, Switch ist wirklich eine gute Konsole. Und ich werde hier auf jeden Fall im Laden. Ihr wisst ja, wir haben hier den Laden in Gladbach aufgemacht. München Gladbach in Nordrhein-Westfalen. Und sobald Corona-Morona zu Ende ist, Leute, wird es hier natürlich alle möglichen Turniere und so weiter geben. Also, in meinem Laden soll sich jeder wohlfühlen. Jeder sein Hobby ausleben können. Und mir geht es halt hier viel um Retro und so weiter. Also, ich bin ein absoluter Nostalgiker. Klar, ich bin auch ein Online-Shop. Aber ich finde es einfach cool, wenn die Leute vorbeikommen. Und das ist einfach so das Gefühl wie früher. Wisst ihr, also, wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr jetzt so in meinem Alter seid. Wenn ihr früher als Kind in den Laden gegangen seid. Egal, was das jetzt war, ob es da Touren war oder ob es jetzt ein kleiner Comic-Buchladen war. Dieses Ge- Boah. Einfach mal ruhig sein kurz, Leute. Das muss man sich einfach mal kurz reinziehen. Ich plapper die ganze Zeit und dann kommt diese mächtige Karte. Unfassbar, dass wir den gezogen haben, Leute. Das ist Galar Lavados V. Im alternativen Artwork die teuerste Karte aus dem Set. Und ich glaube, der liegt bei, lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, zwischen 180 und 220 Euro. Das ändert sich zur Zeit halt noch. Krass, Leute. Also, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich gerade dran war mit der Geschichte, die ich erzählt habe. Ist aber auch egal, weil wir haben wirklich mal wieder das Spiel durchgespielt, Leute. Zu krass. Wir haben es wirklich geschafft. Ich gönne der Karte mal einen Top-Loader. Ist das krank. Also, es ist einfach, Leute. Ich sage mal, ich nenne es mal Kinderglück. Einfach, weil ich es gerade wieder so sehr fühle, Leute. Belohnt einen das Schicksal dann? Ich habe einfach zur Zeit so viel Bock auf Pokémon. Dann ziehe ich diese schöne, schöne Karte. Wow. Also, das Display ist nice, Leute. Wow, macht das viel Spaß. Ich liebe Pokémon so sehr zur Zeit. Wow. Krasser Scheiß. Boah, ist wirklich zu schön, die Karte. Oder, Leute? Also, ich bin immer ehrlich, Leute, mit euch. Ich finde die Original-Version, also das normale gelbe Lavados, finde ich natürlich cooler. Aber das ist wirklich eine schöne Karte. Also, unabhängig davon, ob das andere besser aussieht oder nicht. Wirklich eine schöne, schöne Karte. Und da bin ich auf jeden Fall froh, dass ich die jetzt in meiner Sammlung habe. Das Problem ist natürlich, wenn man so eine krasse Karte zieht. Jetzt muss ich natürlich noch die anderen beiden Artworks haben. Ja, muss ich auf jeden Fall haben. Krass, Leute. Wow, freue ich mich. Finde ich richtig cool. Gefällt mir das Display. Jetzt ist nur die Sache, ich habe nicht so viele deutsche Sachen da. Ich habe mir das jetzt, wie gesagt, extra für das Opening hier besorgt. Und den Rest werde ich auf jeden Fall in Englisch aufmachen. Aber ist nicht so schlimm. Also, so krass. Also, den werde ich auch auf jeden Fall behalten. Der sieht so cool aus. Freue ich mich mega drüber. Einfach so cool. Hier ist er nochmal, Leute, mit dem Booster-Artwork. Richtig nice. Ein bisschen dumm, weil ich jetzt mitten in der Geschichte abgebrochen habe. Ich weiß wirklich nicht mehr, um was es ging. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, wenn es Corona wieder zulässt, dann werden wir hier im Laden auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich alle Leute richtig wohlfühlen. Und wir werden Turniere veranstalten. Alles Mögliche. Also, ich habe richtig coole Sachen geplant. Also, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Turniere und so weiter. Natürlich ist ja klar, wir sind ja ein Sammelkarten-Shop. Aber ich werde auf jeden Fall auch Retro-Turniere anbieten. Also, wir werden unter anderem natürlich auch Switchs zocken. Zum Beispiel Mario Kart, Smash Bros. Wo man einfach mal mitzocken kann. Das Ganze wird auch nicht teuer sein oder so. Klar kann man auch mal ein großes Turnier machen. Wo es dann um irgendeinen krassen Preis geht. Aber ich habe halt einfach daran gedacht, dass man das ganz günstig macht. Dass jeder einfach mal spielen kann und sich mit anderen Leuten messen kann und so weiter. Also, ich überlege halt noch, welche Spiele man alles zocken kann. Aber von den neuen Sachen auf jeden Fall Mario Kart und Smash Bros. Und von alten Sachen habe ich halt auch so an Gamecube, Nintendo 64 gedacht. Zum Beispiel Mario Kart 64, Smash Bros. Melee und so weiter. Also, so richtig alte Spiele, die richtig cool sind. Und wo man halt einfach mal mitzocken kann und so weiter. Und ja, ich fand's, ich finde, ich versuche den Laden einfach so aufzubauen, wie ich mir das als Kind immer gewünscht hätte oder als Jugendlicher. Bei mir war es zum Beispiel immer so, ich habe immer todes gerne Smash Bros. gespielt. Und ich war auch immer richtig gut früher. Aber ich hatte halt wirklich nur ein, zwei Leute, mit denen ich zocken konnte. Und die haben dann halt nicht so oft gespielt. Und dann hat das halt nicht so viel Spaß gemacht, wenn man nicht auf einem Level war. Und da habe ich mir halt immer gewünscht, dass ich irgendwie andere Leute noch hätte, die das Spiel zocken. Bei mir in der Schule hat auch keiner gespielt. Und dann habe ich dann halt irgendwann keine Lust mehr gehabt. Und deswegen wäre ich über so einen Laden auf jeden Fall froh gewesen. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt. Und was ich mir halt auch überlegt habe, ist, wenn jetzt Pokémon für Switch rauskommt, könnte man hier auch Pokémon-Turniere im Videospielformat zocken. Das wäre auch ein bisschen cool. Da werde ich mich aber reinfuchsen, sobald das wieder möglich ist. Und dann das Ganze vorbereiten. Das wird auf jeden Fall cool. Also bei mir im Laden geht alles darum, dass die Leute sich ein bisschen wie früher fühlen. Retro-Feeling und so weiter. Wird auf jeden Fall eine coole Zeit, Leute. Ich freue mich richtig darauf. Ich habe immer noch Gänsehaut von dem Lavados. So, Leute. Können wir hier nochmal eine schöne V-Karte haben? Also ich hätte Bock auf einen Arctus auf jeden Fall. Würde ich mir gerne heute nochmal reinziehen. Wir haben noch acht, neun Packs über. Und ich würde mal sagen, es wird Zeit für noch einen Vogel. Von mir aus natürlich auch nur als normale V-Karte. Muss jetzt nicht nochmal ein alternatives Artwork sein. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt möglich ist in einem Display. Aber nochmal eine schöne V-Karte wäre nice, Leute. Porygon. Und dahinter haben wir leider keinen Hit. Gucken wir mal, was wir noch Schönes rausziehen können. Aber das Display hat gegönnt, würde ich sagen. Goldkarte. Ich glaube, wir haben bis jetzt nur eine V-Max gezogen. Müssen wir mal gleich schauen. Wir gehen gleich natürlich noch einmal alles durch. Und gucken, was wir Schönes gezogen haben. Stollrack am Trinken. Pioni. Schnäppke. Stollenier. Hopplo. Gempep. Krabbox. Formeo in Schneeform. Bisschen cooler Typ. Und Kryppok. Wer war das nochmal? Hat der Entwicklungen gehabt, Leute? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Da muss ich nicht googeln. Hat der Kryppok Entwicklungen gehabt? Würde ich gerne mal wissen, Leute. Auf jeden Fall, was ich noch so zum Anfündigen habe. Also jetzt wird erstmal wieder viel Pokémon geöffnet. Jo-Gi-Oh kam ja gerade erst das neueste Set raus. Da haben wir ja schon einiges geöffnet. Und da kommen auch noch ein, zwei Openings auf jeden Fall demnächst. Oh, guckt mal, Leute. Das ist immer interessant. Die Karten sammle ich immer. Kann man das jetzt sehen? Also hier ist die Stanze komplett drauf, die das Booster dann schließt. Und dann hat man halt diese Abdrücke drauf. Ist relativ häufig. Also ist jetzt nicht irgendwie dadurch viel teurer oder so. Weil ich finde es immer ganz cool, die zu sammeln. Ich habe schon ganz viele davon. Und ich versuche jetzt halt, Leute. Ich kaufe mir jetzt demnächst, wahrscheinlich Anfang des Monats, neues Schneideprogramm und so weiter. Und dann versuche ich halt ein bisschen die Qualität der Videos nochmal ein bisschen anzuheben und so weiter. Und versuche ein bisschen mein Setup ein bisschen zu erweitern halt. Dass ich euch ein bisschen bessere Qualität liefern kann. Dann, oh, sehr nice, Leute. Galar, Labados, V. Sehr nice, das Display. Also die Karte sieht richtig cool auch aus. Finde ich auch richtig cool, dass wir jetzt beide halt haben. Sehr nice, oder, Leute? Welchen findet ihr jetzt besser? Okay, der ist teurer. Ist halt auch so eine Secretware. Aber der sieht richtig cool aus mit den Farben. Finde ich sehr schön. Aber wir haben leider nur noch fünf Packs, Leute. Dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Macht einen natürlich direkt wieder traurig. Ich habe mich mies auf das Opening gefreut. Aber wir haben noch fünf Packs übrig. Vielleicht ziehen wir noch ein, zwei schöne Karten. Also einen Arctus hätte ich noch gerne auf jeden Fall. Und dann müssen wir gucken, ob wir nochmal ein Display öffnen. Ich habe noch viele von den Blistern da auf jeden Fall. Da können wir auch mal ein paar von aufmachen. Ich hätte auf jeden Fall gerne das Relaxo Celebi und so gibt es ja auch in dem Set. Also das sind alles Karten, die muss man eigentlich ziehen, Leute. Gardevoir in Holo. Das ist eine schöne Karte. Also ich bin, auch wenn jetzt nur noch Cummins kommen, also nur noch Where's am Schluss. Ich bin mit dem Display auf jeden Fall zufrieden. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Preise entwickeln, Leute. Also für die Leute, die sich für Preise und so weiter interessieren. An den ersten Tagen haben die Leute alle noch nicht ihre Pakete bekommen und so weiter. Es wurde noch nicht so viel geöffnet. Ich habe es ein bisschen funkeln sehen. Ich habe mich ein bisschen gespoilert. Und die Preise ändern sich natürlich noch extrem, Leute. Also seid da nicht übereifrig, wenn ihr Einzelkarten kauft. Wartet noch ein bisschen. Das geht alles noch unter. Schnäppke. Und dahinter haben wir nochmal einen dicken Hit, Leute. Nein! Ist das möglich überhaupt? Hey, wie geht das? Wir haben zwei alternative Artworks gezogen, Leute. Das ist so eine coole Karte. Alter, guckt euch das mal an. Wir haben zwei alternative Artworks. Aber ich glaube, das ist nur möglich, weil das hier ja keine V-Max-Karte ist. Weil das andere Seltenheitsformen sind. Das ist krank. Ich glaube, das ist eine der fünf besten Karten. Centering ist okay. Ist jetzt nicht wirklich... Ja, nee. Ist nicht so gut. Aber hier haben wir einmal wieder einen weißen Dot am Rand. Aber so eine schöne Karte. Ich sage euch ehrlich, Leute. Ich habe die Karte im Artwork-Book gesehen. Und einmal auf dem Foto. Und ich dachte, hm, nicht so mein Fall. Aber irgendwie sieht sie ja doch schon ziemlich cool aus in diesem Comic-Style. Und hier haben wir nochmal Interleon und so die Vorentwicklungen. Hier mit diesen Häusern. Und es sieht schon wirklich nice aus, Leute. Also das ist beste Display. Also habe ich jetzt wirklich nicht mehr mit gerechnet, dass wir noch einen Hit haben. Sage ich euch ehrlich. Also das ist ein Top-Display. Das hat sich mal richtig gelohnt. Ja, es macht auch einfach zu viel Spaß. Was soll ich euch sagen? Also seit dem Box-Projekt, das wir live gemacht haben, seitdem bin ich mehr als süchtig. Ich bin schon immer süchtig. Ich bin so süchtig, dass ich so einen Laden aufgemacht habe, wo wir nur Sammelkarten verkaufen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie süchtig ich bin. Und jetzt bin ich wirklich... Jetzt ist, glaube ich, das Maximum meiner Sucht erreicht, Leute. Also ich kann mich kaum mehr halten, wenn ich hier einfach mal reinkomme. Also fast jedes Mal, wenn ich in den Laden komme, ich muss irgendwas aufmachen. Es ist einfach... Die Sucht ist zurzeit zu groß. Ich kann nicht mehr widerstehen, Leute. Engel Agathe ist am Start. Kekalo. Einladende Laterne. Ah, das war auf jeden Fall nice. Das hat sich richtig gelohnt. Ist der Abend gerettet, Leute. Es ist schon wieder super spät. Wir haben hier den schönen Gengar, der heute maximal gegönnt hat. Zieht ihn euch rein. Und dahinter verbirgt sich ein Stolos in Weir. Gengar kriegt natürlich auch eine Hülle. Muss man in Ehren halten, Leute. Und was mich auch mies gefreut hat, Leute, es kommt jetzt ganz viel Gengar-Zubehör raus. Also das fühle ich auch komplett. Das wird es jetzt morgen, übermorgen im Shop auch zum Vorbestellen geben. Also es kommt wirklich alles raus. Deckboxen, Ordner, Spielmatte. Dann werde ich auf jeden Fall auch die Spielmatte wechseln. Und wir kommen zum letzten Pack, Leute. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, lasst ein Abo da, Leute. Hier, ich habe mich schon wieder gespoilert. Lasst ein Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Was wir verbessern können, worauf ihr Bock habt und so weiter. Und dann gucken wir uns den letzten Hit an. Hier der schöne Smog-Mog. Noch einmal Herz der Karten, Leute. Hashtag Gengar-Luck. Und wir haben nochmal eine schöne V-Max-Karte. Borius in V-Max. Wunderschön. Und jetzt gehen wir noch einmal zum Schluss die ganzen Hits durch. Weil ich meine, dass das wirklich ausgesprochen gut war, das Display. Also auf jeden Fall war das gut. Und da habe ich auf jeden Fall auch zwei, drei Karten, die ich für meine Privatsammlung haben werde. Also wir haben eins, zwei Hits, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Hits insgesamt. Also Holos und aufwärts. Und ich nehme mal jetzt die Holos weg. Die sind ja nicht so interessant. Aber ich sage euch ehrlich, Leute. Das war schon mal sehr nice. Und das ist einfach dieses Suchtaktivierende. Wenn man so gut direkt am ersten Set zieht. Okay, Moment. Die ETB, die wir geöffnet haben, war komplett Schrott. Da war gar nichts drin. Aber das ist wirklich nice, was wir hier gezogen haben, Leute. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Also die Goldkarte war sogar noch too much, würde ich mal sagen. Das hat richtig gegönnt. Also über die beiden bin ich richtig glücklich. Auf jeden Fall Privatsammlung. Die Goldkarte ist auch nice. Natürlich, die anderen Goldkarten sind besser. Aber ich glaube, es gibt hier viele Energiekarten in dem Set. Aber trotzdem ist das eine nice und coole Karte. Und kann ich mir auch vorstellen, dass die viele Leute feiern. Und ich würde sagen, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Der Kanal wächst und wächst. Ich bin über jedes Abo dankbar. Das ist eine riesige Unterstützung für mich. Checkt den Online-Shop ab. Ein bisschen was von Shining Fades. Shilling Wayne haben wir noch da. Und ich gucke mal, dass wir das auch ein bisschen halten können. Da wird auf jeden Fall nochmal Ware kommen, denke ich mal. Und dann wäre es das für heute von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.